Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Heiko Reinhold vom Kreisverband Erzgebirge. Ich wohne in Weinböhla und zwar hier. Seit 30 Jahren bin ich Grüner, war Vorstandsversprecher des Kreisverbandes, war lange Zeit Kreisrat und kandidiere dieses Jahr auch in Meißen als Direktkandidat. Außerdem bin ich Gründungsmitglied der LHG Christinnen und Christen, die seit 1997 besteht, immer noch aktiv ist. Mit Landespolitik habe ich seit langer Zeit zu tun. Ich war lange Jahre Umweltbeauftragter der Sächsischen Landeskirche, habe dort zum Beispiel die Stellungnahme zum Sächsischen Energie- und Klimaprogramm geschrieben. Danach war ich beim Entwicklungspolitischen Netzwerk Sachsen, habe dort quasi Lobbypolitik für ein neues Sächsisches Vergabegesetz gemacht, hatte mit verschiedenen Ministerien zu tun und freue mich, wenn das klappt, dass ich weiterhin dort aktiv sein kann. Ich freue mich über eure Unterstützung. Manchmal könnte man denken, die Welt steht auf dem Kopf. Dann lasst sie uns wieder auf die Füße stellen. Ich trete für eine Welt ein, in der Gerechtigkeit, Demokratie, Freiheit, Solidarität und Menschenwürde keine Worthülsen sind, sondern Grundlagen unseres Miteinanders. Dafür werden wir gebraucht. Und wir brauchen dafür andere, zum Beispiel den Treibhausverein in Döbeln. Ein Ort der Demokratie, von dem junge Menschen sagen, wenn es das Treibhaus nicht geben würde, wäre ich nicht mehr hier. Nicht weit davon ist meine Arbeitsstelle. Hier in der Volkshochschule bin ich Projektleiter für politische und ökologische Bildung. Ziemlich vieles von dem, was grüne Politik ausmacht, ist auch Teil meiner Arbeit. Naturschutz, Energie, Landwirtschaft, Digitalisierung und auch Gleichstellungspolitik. Die 17 Nachhaltigkeitsziele, die mir besonders am Herzen liegen, sollten als Aufgaben für die nächste Legislaturperiode reichen. Ich möchte gern daran mitarbeiten. Und bitte um eure Stimme. Vielen Dank.